Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Dotec Outbreak, dem Finale dieses Spiel, zwar abgesehen von dem Bonus-Content, aber den wollen wir uns jetzt gar nicht überlegen. Es sieht doch sowieso aus, als würden wir die Welle brechen, immer wenn man in dieses Gebiet kommt, ich meine ja nur. Wow, was? Phase 5. Goa, Soa? The Maginator? Zwei auf einmal? Wer designet diese freaky Dinge? Also, das ist ein interessanter Kampf dann. Ruf mal Vulcan. Oh, toll. Da ruft man ihn und das funktioniert nicht, weil sie dann sofort sich verziehen. Funktioniert ja prima. Zumal ich dann mitten in den drin stehe und dann Probleme kriegen könnte. Bräuche ich im Ort. Oh je, wie ne. Die könnten mich noch umbringen. Im schlimmsten Fall muss ich dann halt nachhelfen mit einer Künstlerseele etc. Natürlich geht jetzt direkt am Anfang des Kampfes sein Regain weg. Klinge des Plans. Er ist ziemlich tot. Ich habe 20 Auferstehungen, also ich hoffe, das reicht einigermaßen dafür. Schlimm ist, ich habe auch gar keine Ahnung mehr, wie das funktioniert, ob ich in der Theorie beide gleichzeitig vernichten musste oder ob einer reicht. Ich habe keinen Plan mehr. Ich meine, wir werden es rausfinden, nehme ich an. Auf die harte Tour oder auf die sanfte Tour. Je nachdem, aber rausfinden werden wir es auf jeden Fall. Ich habe schon schlimmere Attacken überlebt, aber trotzdem auch. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier zu gar nichts. Und damit meine ich auch schadenstechnisch zu gar nichts. Mir gefällt der Kampf nicht. Ach je. Wenn ich jetzt noch vernünftig Leute anvisieren würde, die dadurch Schaden nehmen, dann wäre ich echt zufrieden. Aber so, wie es aussieht, wie sieht der sonst was an. Ja. Hui. Die und be gone. Das ist das, was ich verstanden habe. Heilung. Weiß man. Kumpel. So, probieren wir es nochmal aus. Äh, weiß man. Skill zu weisen. Von mir aus, das da. Na ja, wenn ich extra den Einzeln zuweise, dann mach das wenigstens. Na toll. Es existiert natürlich kein Ziel, ne. Es sind ja auch keine Ziele da. Ja genau. Weiß man, mach du da mal. Schön die Heilung hier. Mach uns die Heilung, Weiß man. Ich hoffe mal, wir haben hier irgendwann mal eine Entwicklung. Äh, Black Rose, erste Hilfe. Gut, kam ein bisschen später, aber fast schon. So, Weiß man. Come on. Wie nervig ist das? Ich meine, das kennen wir von den Bossen, aber es ist nervig, dass wir alle paar Sekunden sagen, okay, ich mache jetzt mal eine andere Technik und in der Zeit wird niemand getroffen. So, Weiß man bekommt jetzt die Künstlerseele. Das passt schon. So, er ist noch tot. Bringt natürlich nicht viel an. Dann, Kriegerblut. Auf mich. Das hätte ich von vorne rein machen sollen. Ich weiß gar nicht, warum ich es immer vergesse. Weil ich es nicht gewohnt bin, mit sowas zu agieren. Wenn ich einen Grund benennen müsste. Dann, Weiß man. Künstlerseele. Dann, Weiß man auf erste Hilfe. Ich habe sonst glaube ich nichts, ne? Also nichts Vernünftiges. Das ist eine magische Gnauigkeit. Ich bin ja übertriger, aber. Black Rose, du kannst wieder. Ich stehe natürlich hier völlig falsch nach Gerüst. War schon. Okay, Black Rose, Ziel zuweisen. Ich muss ja alles hier micro-managen. Das ist echt furchtbar. Natürlich, genau wo ich es machen will, kommt wieder sowas. Das ist echt typisch. Au. Weiß man, erste Hilfe. Jawohl. Regime. Weiß man. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn sie einfach dann da hinrennt. Niemand bekommt das ab. Aber hey. So. Falsche Richtung, aber ich gehe sowieso irgendwie mal nach unten. Schnapp, schnapp, schnapp. Nein, das da. Gut, dann. Magierseele von mir aus wieder. So. Kein Zielreich, natürlich nicht. Haha. Ich wurde noch vorher geheilt. Ah, herrlich. Ich kann nur sagen, dass ich diese Viecher hasse. Ich kann mich überhaupt nicht an sie erinnern, aber das, was ich hier sehe, das reicht mir schon wieder, dass ich sie absolut hasse. Wiseman-Skill zu weisen, dieses Ding da, das da. Ich meine, sie teilen sich die HP, also in der Theorie kann man mit jedem Charakter hier reinkommen und gewinnen. Ich glaube, so war das. Aber ich weiß es halt nicht genau. Das wäre jetzt halt nur ein Raten. Aber scheinbar habe ich richtig gelegen. Hehehe. Was passiert, wenn ich eine Entzugung mache? Ich entziehe beiden gleichzeitig. Die ganzen Sachen. Ich weiß nicht, ob man das machen muss, aber ich glaube nicht. Virus-Kern-V. Wow. Jetzt funktioniert alles, also jetzt ist es nur noch eine Frage des Durchhaltens. Schwächer geworden sind sie augenscheinlich auch. Das ist gut. Also, dem Finale steht nichts mehr im Weg. Das ist sehr schön. Möchte mich verheilen. Von Schlaf und so. Irgendwer. Danke. Und Ende. Jawoll. Die beiden Gores. sind erledigt. Ich kann sagen, ich mag sie nicht. Nein, hau. Nein, wie? Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Okay. 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 Was ist das denn wirklich? Hold on, wir sind nearly there. Theta-Server. Detektiviert die Fluchtigkeit von massiven Daten. Die Immensität. Es gibt eine Möglichkeit, dass es die Waffe selbst ist. Es geht. Es geht. Es geht. Es ist nicht mehr. Es merkt sich die Fälle der Versuchung. Versuchung? Nein. Nein. Wir haben gerade den richtigen Welten der Spiel herausge否 Und die Verstöberung der Gegend erinnert. Scheinbar. Aber das war's für Dothack Outbreak. Natürlich, wie gesagt, ich hab noch Bonus-Contents. Die Goblins werden nochmal mit mir rennen wollen, zumindest Martina R. Wenn's wie immer läuft, werden wir einen Bonus-Dungeon haben. Dazu hab ich noch zwei Dungeons, ähm, mit speziellen Items da drin, wo ich aber nur im Prinzip den untersten Level dann wieder zeigen muss. Und danach, danach geht's dann zum letzten der drei Spiele. Dothack Quaranty. Le Sage, Sajir, wow. Wunderbar. Ich weiß aber noch, dass man ne Menge Charaktere in Quarantine dazubekommt. Sehr unverhaltsam eigentlich. Prim A20. Prim A20. Fitsche ist für mich immer noch keine Maske. Das sieht aus wie sonst was, aber nicht wie ne Maske. Ich mein, sorry, aber das ist halt so. Da ist nicht die Mutations. Bin mir nicht sicher. Bin mir mal, manche Katzen sind so nicht sicher, aber... Äh. Naja. Und Mia ist aus irgendeinem Grund weg. Auch sehr seltsam. Dann sollten wir wohl beim nächsten Mal Elkma helfen, Mia zu suchen. Aber scheinbar sind wir zu beschäftigt. Besser Moment des gesamten Spiels sowieso. Ja, Bandai. Sein Name, der oft fällt. Namkuban live mittlerweile, ne? Ich mein, damals war es... eigene Firmen. Jetzt riecht aber zusammen. Naja. Sehr gute Spiele, nichtsdestotrotz. Developed by CyberConnect2. Oh yeah. Okay, okay. Immer noch. Ja, warum sollte sich das noch ändern, ne? Ach ja. Pubia existiert ja auch noch. Hurra! 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 Wird 57 mit dem Desktop hinzugefügt. Was? 58? Hey, yeah. 59. 60. 61. What the fuck? Okay. Äh. Okay. Ja. Äh. Warum kriege ich jetzt so viele Bilder nachgeworfen? Was war das jetzt? Meine Güte. Gewinnspieldaten. Ja, das kennen wir ja. Es gibt einen Weg in den Körper der gigantischen Kreaturen am Himmel. Ich glaube es oder nicht. Gehe zur... Äh. Delta, Sigma, Gamma, was auch immer. Und wenn er pulsierend Wolkensee war. Hm. Projekt künstlicher Apfel aufgegeben. Hier hinterließ folgende Notiz. Köstlicher Apfel-Kartoffel-Geschmach. Bigfoot. Das Tier, dessen Fußabdrücke für die, der in Bigfoots gehalten worden war, ist schließlich gefangen worden. Das ist eine neue Affenspezies. Panthaschlank zurück. Wunderbar. Nehme ich mal an. Ein Rivale für Ultimate. Hm. Sternum-Kid. Was haben wir denn jetzt da für Bilder bekommen? Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, doch ja. Also Bilder gibt es hier, wunderbare Sachen. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns um den Bonus-Content von Let's Play. Take Outbreak kümmern. Bis dahin würde ich aber sagen, auf Wiedersehen und Tschüss Leute. Ich freu sie bitte. Bis dahin. Ja почти. Himbe. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020